Ich kann ja auf jeden Fall mal mit dem Vorderband weitermachen. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 9 ist im 6 1, 2, 3, 5 Und das sind dann nur 4 Wenn ich das jetzt weg mache... Dann gehts wahrscheinlich wieder nicht, oder? Durch Zaun oder Wand in der Nähe blockiert. Und below flow. Oh! Äh... Floop! So... Ähm... Förder... Genau. So gehts nicht erst zu nah. Das ist falsch rum. Ja, das ist richtig. Okay. So. Benötig, eine Verbindung zu einem Gepäck-Knotenpunkt. Gepäck-Knotenpunkt. Sortiert und leitet das eingehende... Äh... Sortiert und leitet das eingehende Gepäck zu anderen Endpunkten. Einschließlich anderer Knotenpunkte. Vier Ports. Sauだけ... Übrigens. Euer encounter Baby Turnier ent pierwszym Us. Gepäckerein. Gepäck raus. Ich gehers... Wierer ... Die Zapperei unserer Ene Reise. Er weiß... Bis Pattern… Was, 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 was? Okay. Krieg mal hin, krieg mal hin. Aber jetzt könnten wir sogar noch dazu kaufen. Was auf der Seite? Ja. Kann ich. Okay, Schiene kann ich nicht bauen. Egal. So, das ist die dicke Teile. Oh. Oh, welcher Fußboden ist das jetzt? Der hier. Okay. Braucht ihr den da hinten auch noch, bitte? Sektor kann not be located. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. So, jetzt könnten wir ja mal ein paar Ge... Buf! Sind die riesig. Boah. Während der Landschaftswert kann das Spiel abstützen. Okay, nee, dann... Äh... Spiel speichern. Speichern. Ja. Okay. Okay. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Okay. Ich weiß. Gott, das Hedder geht nicht mehr auf. Wir können immer mehr Land und Land dazukaufen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Es hieß, wir sollen speichern. Ah, jetzt fährt er auch wieder, weil dann könnten wir hier eine Terminalerweiterung machen. Das heißt, nur mal so grob gesagt, würde es dann hier weitergehen. Okay, warum geht das nur... alles so viele Felder, das ist ein bisschen arg blöd. Warum? Ja, von mir aus. Oh. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen... Das heißt, wir müssen die Foundation ausbauen. Okay, dann warten wir mal. Das oberische muss zuerst abgerissen werden. Okay. Okay. Ich habe eine Armada an Arbeitern. Okay. Okay. Das ist nun unser Terminal. So. So. Ein bisschen größer geworden. So. 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 So, so. 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 Dann könnten wir das hier einreißen. Das Obergricht muss zuerst abgerissen werden. Das Obergricht muss zuerst abgerissen werden. Da muss doch nichts abgerissen werden. Jetzt habe ich es verstanden. So, das hier mal erhöhen bitte. Das hier mal erhöhen. Das hier mal erhöhen. Das hier mal erhöhen. Was könnten wir denn hier reinpacken? Äh, Elektro... Hier werden viele deiner Flughafenleitungen entlanglaufen, einschließlich die Audio-Verkabelung. Ja, dann ist das jetzt Elektro. Benötigt geschlossenen Raum. Oh. Was für Verkabelung? Kabel anzeigen. Lass dir alle Kabelverbindungen für die Elektronik in deinem Flughafen anzeigen. Kabel verbinden einen großen Teil der Niederspannungstechnologie in deinem Flughafen. Was? 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 Oh mein Gott. Der Elektro kriegt natürlich auch noch einen Boden. Äh, das ist da. Jetzt fehlt der Foundation. Schöp. Schöp. Schöp.